malzeit zusammen und ein frohes jahr 20 hier und 20 mein name ist und bleibt auch in diesem jahr thomas und ich bin natürlich nicht alleine ich hoffe er hat den sprung ins neue jahr auch geschafft und ist nicht im jahr 2023 versagt hallo jonas ja hallo zusammen ich habe den sprung tatsächlich geschafft ich bin nicht versagt weil ich war arbeiten tatsächlich dafür bist du gestern versagt also kein tag vor unserer aufnahme gestern ja ich bin tatsächlich gestern muss ich gestehen war nicht so geplant aber wenn der wird dann die ein oder andere runde auch noch ausgibt dann bleibt man doch schon mal länger ich bin wirklich versagt war um vier uhr morgens zu hause ja und sie hat uns im letzten jahr schon mit folgen wie karten des bösen gequält ja und ich bin gespannt welche gemeinheiten sie dieses jahr für uns geparat hat hallo nell hallöchen ihr hört irgendwie alle sind nicht alle richtig fit heute jetzt wenn ich schlaf jonas hat anscheinend kater und bei dir weiß ich nicht ich habe bis auf morgen football geguckt ich bin auch so ganz also wir nehmen wirklich im neuen jahr auf also liebe hörer nicht dass ihr denkt auch ja die haben vorbereitet bei denen ist noch juni 2023 oder so also nein wir haben wirklich januar aber ich merke einfach ich bediene schon wieder mal absolut mein klischee ne der jonas der ist nur am saufen und der kommt auf der kater zur aufnahme oh man ja neues jahr neues glück silvester gut überstanden oder ja dankeschön für die antwort ja also ich habe ja ich habe ja ich wollte jetzt eigentlich nur warten also ich wollte jetzt nicht wieder mit nel zeitgleich reden ich weiß ich warte immer so einen kurzen moment ob nel was sagt und dann dann steige ich ein also ich war ja arbeiten tatsächlich also jetzt nicht so lange wir haben silvester party gemacht auf der arbeit bis zehn dann sind die meisten alten leute dann auch ins bett gegangen und dann war ich noch bei meinen eltern zehn uhr morgens ja ja die haben länger durchgehalten als ich und dann war ich mit jessica noch bei meinen eltern gewesen und dann haben wir erst mal schön raclette gemacht ins neue jahr ein paar raketen gezündet und dann direkt wieder rein noch ein paar fännchen machen ich habe nämlich hunger gehabt du hast immer hunger also da kommen wir gleich hinterher auch drauf zu sprechen das thema essen bei uns im podcast ist ja auch nicht gleich thema nel du warst ja entspägt mit der family hast da silvester gefeiert dann nur mit der family oder wart ihr feiern gewesen den elchen im wald oder so nur mit der family also wir waren wir waren wir waren essen und dann sind wir zurück und ich habe den kapitalismus gefördert wir haben monopoly gespielt und ich habe natürlich gewonnen ich glaube du bescheißt immer nein nein ich habe fair und swear gewonnen ehrlich gefakte würfel oder so gar nicht aber meine schwester die ist ausgerastet die hatte zu viel alkohol intus warum ist denn ausgerastet weil ich und meine mom spielen immer so dass wir gerne die karten nein egal also meine mom und ich spielen immer gerne so dass wir karten aufkaufen wo andere schon zwei besitzen so dass sie die nicht vervollständigen können und wir weigern uns dann auch immer sehr gerne die dann halt auch wieder zu verkaufen und meine schwester war sehr frustriert dass sie ihre karten nicht vollständig bekommen hat und ist dann irgendwann ausgerastet also das brett vom tisch geschmissen aber ist ja nicht auch so ein bisschen so der sinn von monopoly dass man genau so monopoly spielt natürlich aber also ich spiele auch so dass ich dann anderen anderen das verbaue damit die nichts voll machen können und damit die war dann halb irgendwann bankrott aber nur im spiel nicht was sie nicht wirklich ausgenommen ich nicht im echten leben war es meinem arm die sie ausgenommen hat die war nämlich shoppen in schweden und das scheiße teuer ja ich muss sagen bei mir ist es aber scheiße war scheiße als ding ist wir wollten feiern und dann ist da natürlich war mit letzten jahre corona ausgebrochen und dementsprechend ist dann silvester quasi flach gefallen ja die hieß dann von wegen ja wir sind dann wieder fit am 31 12 ich wollte jetzt nicht unbedingt genau weil da der stichtag ist jetzt dann silvester feiern mit mit und mir dann am ersten januar dann erst mal corona einfangen ich habe mir zuhause schon gemütlich gemacht ich habe den grill angeschmissen habe war ja spieltag gewesen ich habe football geguckt und lustigerweise war dann ein thema essen gewesen und ich habe dann meinen ich weiß nicht ob ihr kennt diese taste die sendung anscheinend nicht ja vom namen her ja da müsst ihr mal auf so kleinen löffelchen anrichten und habe ich da auch so spaß das habe so das für mich so ein bisschen zum runterkommen habe ich spaß dran generell kochen und grillen und so weiter und habe dann das bild gepostet gehabt und und der eine moderatoren der steckow der meinte noch er wollte abnehmen und da habe ich dann einfach kommentiert ja hier silvester menü steckow größe sprich drei löffel ich habe drei gänge menü gemacht gang eins war garnele in curry kokos soße gang zwei war lammlachs mit kräuterkruste auf süßkartoffel püree und gang drei war so eine muss schokolade in vanilles soße mit erdbeeren und habe ich dann gepostet habe ich dann gepostet gehabt wir bleiben beim thema essen denn da hat uns jemand folgendes foto geschickt silvester menü in steckow größe das ist doch genau also in steckow größe der mann möchte abnehmen das heißt das sieht aber das ist dann morgen kann ich sagen wir haben so geschlemmt an weihnachten das war unfassbar wirklich von du das ist muss so schokoladen vanille mit innen selbst in der größe in der mitte sieht aus weißt du auch so was würde ich auch in der mitte da gehe ich lieber am nächsten tag noch mal drei stunden fahrrad fahren ich habe sowas verzichten richtig gar mich drüber gefreut weil ich lustig habe ja schönen abend gemacht also von daher war auch nicht so schlimm wie er erzählt ob man jetzt nicht feiern gehen konnte aber natürlich doof wenn dann corona dazwischen grätscht und sagt dieses jahr nicht willst du machen dafür bin ich gesund noch gucken wie lange noch dann warten wir ab da haben wir schon abgefrühstückt ja hoffentlich bleibt ja auch so dann kommen wir doch ganz traditionell wir haben zwar einfach keine news gehabt kommen wir doch zu ihr hört nels nördsche nebenfakt im jahr 2023 veröffentlichten wir den adventskalender ausgeschlossen 22 folgen mit einer gesamtspielzeit von 57 stunden und 16 minuten im jahr 2023 veranstalteten wir unseren ersten live stream und besprachen die folge master of chess die mit einer länge von vier stunden und 54 minuten auch die längste besprechung war im januar besprachen wir mit der folge toten insel unseren ersten mehr teiler nachdem wir 2022 die verschollene szene eingeführt haben von 2023 die rubrik die stimme aus dem nichts einzug in den podcast soll jetzt mal hier kurz sache grab der maier zählt das nicht als mehr teiler nee nee sagst du nee das ist einfach nur sehr sehr lange folge gewesen okay für mich ist das ein mehr teiler ist ja schön ja eigentlich krass jetzt wenn man überlegt so 57 stunden podcast im letzten jahr ja ich muss ich muss aussagen wo ich mir das skript durchgelesen habe und habe ich mir gedacht 22 folgen waren halt wirklich so viele mit ich auf spotify erst mal so alle durchgegangen und habe dann so so wie ich das immer so mache mit der hand immer so mit und irgendwann habe ich mir dann gedacht ey krass sind ja doch so viele doch so viele folgen gewesen und also ich glaube also für mich ist das so dass man ich habe jetzt auch bei bei manchen fragen die wir so hatten ich muss halt erst mal wirklich gucken was haben wir überhaupt 2023 veröffentlicht von den besprechungen ich habe schon irgendwie gesagt bei manchen fragen okay die und die ach nee scheiße warte mal die ist ja aufgenommen worden für 24 im jahr 23 da muss ich wirklich gucken was haben wir überhaupt alles besprochen im im abgelaufenen jahr das war schon wirklich und 22 folgen ist schon echt krass und da waren manche sachen bei die hatte ich gar nicht mehr auf dem schirm ja den dingen habe ich auch gehabt dass ich folge ich auf dem schirm hatte 22 folgen war aber für mich äh ich glaube ich vorher auch mehr gehabt der vor im jahr liegt auch daran habe ich teilweise dann im wochenrhythmus ich weiß ich kann immer wieder sagen ich weiß wie wir geschafft haben damals keine ahnung im wochenrhythmus zu veröffentlichen das war ja irgendwie schon also wie besoffen waren wir eigentlich also also beim von mir weiß ich es von dir nicht ich war nüchter ich hatte wahrscheinlich zu viel zeit ich habe ich weiß es nicht also irgendwie haben ja gebacken gekriegt damals ich bin jetzt immer froh wir waren wir waren wirklich ne wir hatten einfach zeit wir hatten zeit und waren sehr motiviert ja jetzt haben wir dann auch im laufe der aufnahmen gemerkt das können wir überhaupt gar nicht machen da ist nicht so ist nicht zu stemmen also wir hatten ja schon zwischendurch mal überlegt weil ich kann ja mal verraten jetzt im jetzt zur winterzeit haben wir alle gesagt irgendwie ist die luft raus und weil du einfach durch warst jetzt diese winterpause wir jetzt hatten die habe ich auch gebraucht muss ich ganz muss ich ganz ehrlich sagen weil ich hatte skripte schreiben keine lust mehr buch zu lesen keine lust mehr da hast du nicht auf weihnachten dazwischen du hast silvester dazwischen ein bisschen kopf ja gar nicht auf podcast eingestellt im letzten jahr mal durchgezogen haben wir in der ersten januar woche direkt die todesinsel aufgenommen und dieses habe ich gesagt haben wir ja gesagt pass mal auf wir brauchen eine kleine winterpause einfach um zu runter zu kommen wobei ich ja sagen muss im letzten jahr kann mir generell noch viele so dazwischen also nelli mit ihrem abi ist dann ausgefallen und wir mussten ja generell so ein bisschen umdisponieren und da haben wir ja diese mega lange aufnahmen mit thomas gehabt den verschwundenen filmstar und so weiter aber da kommen wir gleich auf zu sprechen würde ich mal sagen denn wir haben ja dazu aufgerufen einfach uns fragen zu schicken auf die wir eingehen sollen für unseren jahresrückblick und die liebe anna von der tosen hollywood schorkel hat uns die fragen eingesprochen und dann würde ich sagen starten wir doch mal mit frage eins welche besprechung hat euch am meisten spaß gemacht ja ich möchte anfangen habt ihr eine besprechung wo ihr sagt boah die hat mir am meisten spaß gemacht ja alle was nein also definitiv nicht alle alle folgen nein quatsch ne da schaut doch mal bei mir war es tatsächlich tödliche regie echt ja ich es ist es war einfach so anders mit sechs leuten eine folge zu besprechen und zusätzlich für mich war das einfach auch noch mal ein highlight mit der gesamten zentrale weil ich war und bin ja auch noch zentrale fan deswegen ja das war ziemlich cool okay muss natürlich die regie war ja war lustig gewesen definitiv ne dann auch mit den anderen dreien mit thomas hat immer noch kontakt also das ist ja wirklich so mit dem schreibe ich teilweise mit euch beiden weil wir einfach so ein bisschen aber die distanz haben zu uns der thomas zu unserem podcast ich ich zur zentrale und so weiter da kann man auch mal ein bisschen so aus dem nähkästchen plaudern was auf der anderen seite abgeht oder generell mal so so grundsachen besprechen wie die das machen und wie wir das machen und tödliche regie war echt von der folge her war es war mega lustig gewesen aber ich muss sagen es war auch anstrengend ja ja also fand ich auch also ist ich will jetzt also für mich war es es war spannend wie nell schon sagte interessant auch mit sechs leuten aufzunehmen es ist nicht meine lieblingsbesprechung gewesen aber auch wie du gesagt es war halt irgendwann es war einfach anstrengend irgendwann und das ich glaube es würde wenn man es regelmäßig machen würde mit sechs leuten aufnehmen irgendwann wird man so seinen modus finden man wird so reinkommen man so alle würden so so gleich sind wenn man also nell schüttelt jetzt den kopf nicht dass das dauerhaft machen sollen aber ich glaube wenn man das so öfters hätte du hättest öfters so ein sechser team mit dem du bist irgendwann kommst du halt so gut rein und man hat einfach gemerkt dass dieses dieses switchen von wir haben ja glaube ich ein teil besprochen wie wir den besprechen und ne das war ne das war mal der plan ne das war ja alles gut ich kann es ja verraten ich bin mit thomas dran dass wir irgendwann ein crossover machen und die erste folge von die drei besprechen der ist ein zweiteiler und dann wollten wir halt den ersten teil bei der zentrale machen und den zweiten bei uns und jonas voller hat wieder alles wieso du hättest du einfach sagen können nee war gar nicht so kannst du jetzt heraus schreiben können hättest du sagen können ist alles gut die welt soll wissen was für ein zweiterino du bist auf jeden fall fand ich es halt auch sehr anstrengend also weil wir drei wir wissen ungefähr so also wir wissen nicht nur ungefähr wir wissen halt wie wir so ticken und auch vom vom redefluss her und da ist halt so man fällt sich öfters mal ins wort und das irgendwann habe ich mir so gedacht dass die folge bitte einfach zu ende sein weil ich ich kann nicht mehr ja du bist ja generell einer der fuß da nicht die segel streicht in Richtung ende der besprechung bist du immer so ich hoffe ich habe hunger na aber ich habe mir manchmal denke ich mir so wo wir schweifen jetzt so mega krass ab lass uns doch bitte einfach bei der folge bleiben ich habe jetzt keinen bock über andere sachen zu reden ich will ich will durchkommen das war aber vielleicht auch so vielleicht wird es im neuen jahr jetzt ja anders mehr elan mehr mehr neuen schwung und so manchmal bin ich ja dann auch voll dabei wenn wir über andere themen sprechen also dass man dann abschwind abschweift aber manchmal denke ich mir nur so boah wir sind jetzt eine stunde dran und haben die ersten fünf zeilen des skrips durch wir haben ja schon die blutenden bilder aufgenommen mit mara und da haben wir ja wirklich eine ganze zeit über die urgenie gesprochen was ich sehr interessant fand wo auch alle mitgezogen haben was wirklich echt spaß gemacht hat obwohl der gar nicht der folge vor kam ja das wollte ich jetzt nämlich nicht spoilern wo du gesagt hast ich bin hier der 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 spoilerino deswegen habe ich das nicht so aber da fand ich zum beispiel auch gut das hat auch spaß gemacht aber jetzt schweifen wir aber das haben wir gar nicht in dem sinne manchmal denke ich mir so jetzt schweifen wir so viel ab wir haben gleich noch andere frage gästen und so weiter und wir sind schon voll am durchdriften hier jonas die besprechung die dir am meisten spaß gemacht hat im letzten jahr ich habe drei tatsächlich also ich habe zum einen wirklich toten insel weil es unsere erste mehrteiler aufnahme war die fand ich mega spannend und weil ich toten insel auch einfach als folge sehr mag warte mal du hast gesagt warum was ist denn mit toten insel also toten insel war mir zu lange du hast dir gewünscht ja gut das problem war gewesen wahrscheinlich wir haben ja wirklich ich glaube in zwei tagen durchgezogen ja eben das meine ich ja damit das war mir zu lange durchgeballert wahrscheinlich beim nächsten mal einfach zeit lassen und sagen wir machen jetzt pro tag eine folge ja nicht pro tag sondern vielleicht vielleicht ein bisschen pause zwischen weiß ich nicht also wir haben wirklich vollgas gegeben es war schon es war schon hart aber es hat trotzdem spaß gemacht ja spaß macht es auch die erste mehrteiler folge war die wir die wir die wir aufgenommen haben ja dann noch die live besprechung also einfach wir drei in einem raum und der chat ist mit dabei oder die zuhörer zuschauer und mit denen so interagiert zu haben fand ich großartig hat mega bock gemacht und dann noch zum abschluss unsere die drei besprechung pforte zum jenseits also jetzt nicht weil nell nicht dabei war das war jetzt nicht so der grund aber einfach weil wir weil wir so ein bisschen über den horizont hinaus gegangen sind mit diesem dies und das und nach dem motto vielleicht schreibt wer hat es mal geschrieben glaubt minninger hat geschrieben die folge und genau dass wir so gesagt haben die agieren vielleicht ja so weil es ein traum ist von justus und dieses dieses spinnen vielleicht hat minninger es extra so gemacht und die mal etwas anders agieren zu lassen fand ich halt fand ich halt mega spannend auch mal so so ich sag mal den den horizont zu verlassen und zu sagen ja also warum agieren die denn jetzt da so und vorher machen die das nie so fand ich fand ich super spannend auch sehr abgeschweift in einem tag muss ich sagen allerdings dann mit mit themen bezug richtung auf die folge und auch viel spekulieren im endeffekt ja ja ich muss sagen meine lieblingsbesprechung ähnlich wie bei dir master of chess die live besprechung etwa aber auch generell der ganze tag hat finger eigentlich damit an bis zu vorher schon johann sagten wir ja hingegangen sind hier den probelauf gemacht haben und alles rum getestet haben und es ging ungewöhnlich einfach und ohne probleme und wir haben gesagt wenn die generalprobe gut wird dann kannst du schon vergessen wenn wenn wir live gehen da haut wahrscheinlich alles nicht hin dann ja habe ich anell morgens abgeholt in köln wir mussten doch umdrehen weil man damals die zimstecken vergessen zu hause dann haben wir auf dem bubble tea laden überfahren und irgendwie weiß ich glaube zwölf bubble teas oder so gekauft die wussten gar nicht wie denn geschieht als wir da angekommen sind zu der laden öffnung um zehn wir waren schon vor denen da gewesen von daher dachten sie auch okay schönen samstag auch noch ja und dann die besprechung mit dem digitalen freunde mit dem interaktiven freunde buch und die interaktion mit dem chat und fast fünf stunden aufgenommen hat mega viel spaß gemacht dann hat er ja noch hier gepennt mehr oder weniger wir haben auch bis morgens als hell wurde noch detektiv conan geguckt also war war mega lustig gewesen also der ganze tag an sich auch die vorbereitung dazu natürlich auch ein bisschen in der universität eine anspannung weil du denkst dir aber hoffentlich klappt alles wir haben noch eine fahne bestellt für den hintergrund und so weiter habe ich mit johanns vorhin darüber gequatscht gehabt wir machen für den hintergrund ach komm bestellen eine fahne weil poster fand ich irgendwie scheiße haben wir eine fahne bestellt und die ganze planung habe ich ja auch den lametta vorhang roten teppich ausgerollt zur feier des tages glaube ich in der live aufnahme gar nicht so zum zum zur geltung gekommen nein der war ja eher für uns als geg weil du mal meintest ich würde den roten teppich ausrollen ich sag weißt du was ich bleibe auch immer noch bei der meinung habe ich auch weißt du was jetzt rolle ich den roten teppich aus und den schönen goldenen lametta vorhang übrigens ich habe davon noch heute irgendwie wenn ich hier unter der couch irgendwas wegsaug oder so irgendwie findest du immer auch so ein stück von dem lametta vorhang das ist wie konfetti ja letztlich das schlimmste was machen kannst ist eine konfetti bombe zünden in der dings in der kanone zünden in der wohnung du hast noch jahre später findest du noch irgendwo ein konfetti teil ja dann würde ich sagen kommen wir zur frage zwei und da bin natürlich die beste folge hatten da kommt natürlich jetzt auch welche besprechung hat euch am wenigsten spaß gemacht so soll ich mal anfangen so bei mir ist dinge einfach ich habe zwei folgen aufgeschrieben einmal fluch des drachen weil ich sagen muss da habe ich beide mich auch übel zu hängen lassen muss ich sagen da hat ihr beide keine lust gehabt und ich habe mich dann beim schnitt gemerkt ich bin ja nur ich am labern und ihr saß da so natürlich lass dir mal erzählen ist da schneller um bin ich schneller weg auf einer folge habt ihr beide keinen bock drauf gehabt das wirklich so hat man auch gemerkt ja ich habe tatsächlich lustigerweise auch fluch des drachen aufgeschrieben auch weil mir die besprechung auch aus eben diesen gründen sehr negativ auch für mich selber in erinnerung geblieben ist dass ich mir ich habe wirklich irgendwann gedacht wo jetzt fängt er an darüber zu reden und jetzt fängt er an dieses thema auszupacken weil wir vorhin sagten wir driften so oft ab und das war so ein tag wo ich einfach straight durcharbeiten wollte weil ich mir gedacht habe dann bist du fertig und du hast eigentlich gar keinen bock und überhaupt was ich im nachhinein dann auch so so schade eigentlich finde also ich wusste jetzt natürlich nicht zu dem zeitpunkt wo wir in dieses in diese aufnahme gestartet dass schnell auch so unmotiviert ist weil ich mir dann denke du hast da jemand der hat sich mega vorbereitet und es eigentlich unfair den anderen gegenüber dazu hängen und sagen boah mach einfach weiter ich habe keinen bock mehr leck mich doch am arsch mach schnell durch und das sind dann so im nachhinein dazu erst mal denke ich mir wenn thomas irgendwas sagt ja dankeschön wenn er irgendwas sagt und wir reagieren nicht darauf dann denke ich mir nur so ja wir haben da jetzt noch nichts zu sagen und dann denke ich mir manchmal so nach der folge ja gut vielleicht hättest du noch mal ein zwei sätze dazu sagen sollen weil thomas kommt sich dann so vor der könnte auch mit dem spiegel reden so ungefähr oder mit einer wand die gleichen antworten geben in dem moment und das fand ich dann obwohl ich die weil ich mag diese folge eigentlich und dann fand ich es halt so schade dass die besprechung so den bach runter ging sage ich jetzt mal ganz ganz klar ja wir sind der folge einfach nicht gerecht geworden aber man ist klar jeder hat so tage wo er denkt boah ne heute bin ich ganz so motiviert und auch folgen gibt auch folgen wo ich denke boah scheiße jetzt die folge besprechung auf in der vorbereitung denkst du boah und du willst der folge natürlich auch gerecht werden auch den hörern gerecht werden und möchtest sich ja auch vernünftig drüber reden und nicht dazu sitzen wie so ein wie in der schule ne sechs freitag sechste stunde mathematik wo ne ich will nach hause ich will wochenende haben mach fertig hier ne also ist immer schwierig ja und die zweite folge die aufgeschrieben habe die nicht das nicht an der folge liegt so ist geister canyon da hatten wir ja anna und thomas mit hollywood chocolate zu gast liegt einfach daran ich hatte einen tag vorher müsste gewesen sein einen kleinen autounfall gehabt da ist mir einer beim stadion und er ist rückwärts gefahren ist mir vorne auf die karre gefahren war eigentlich eine klare geschichte gewesen er fährt rückwärts fährt mir vorne drauf habe auch zeugen gehabt und so weiter und so fort und ich habe dann nicht die polizei gerufen weil ich dachte auch der junge bengel der ist eine probezeit willst du keinen ärger machen das kann man eben so regeln ja und was passiert am sonntag kriege ich dann während der aufnahme eine whatsapp nachricht von wegen dass ich hinten aufgefahren wäre und dann bist du natürlich vom kopf her erst mal woanders und denkst dir boah scheiße bist du hundertprozentig da und da habe ich dann eine aufnahme auch gemerkt weil auch beim schnitt gibt da so eine zeit von einer halben stunde sag ich mal wo ich dann sehr wortkack war also nicht so wie sonst ne laba laba rhabar sondern wirklich dann so ein bisschen zurückhaltender war und dann weiß ich immer das hinterher noch jetzt weiß ich mir das ist wenn andere mehr labern ich hätte mir ja war doch gut gewesen dass ihr so viel gelabert hat weil hätte mir zu dritt gewesen glaube ich wäre glaube ich nicht ganz so gut geworden wie es geworden ist weil die sprechung die folge selbst war geil besprechung an sich hat auch irgendwo spaß gemacht aber ich habe einfach im hinterkopf gehabt eben halt diese diese nummer weil du einfach rausgerissen worden bist vom kopf her ist ja bei euch eure folgen die keinen spaß geben die die euch am nächsten gefallen haben du hast ja schon gesagt tuff klug des drachen hast du sonst noch irgendwas ja bei mir ist tatsächlich auch noch was vorhin hatten also das ist so eine zwiegespaltene folge am wenigsten spaß der anfang zumindest von der verschwundene filmstar weil da war ich halt wirklich komplett out of order weil du und thomas ihr habt über dinge völlig abseits des themas und da habe ich mir wirklich auch so gedacht boah leute wir haben schon spät wir haben da glaube ich zum abend hin irgendwie aufgenommen war dazu zum ja kann sein ich glaube meines war zum abend hin und ich habe mir einfach nur gedacht wir haben jetzt eine stunde anderthalb stunden seid ihr am labern und wir sind im skript noch nicht mal ein zentimeter weiter gekommen da habe ich mir wirklich gedacht boah ich habe einfach keinen bock mehr wurde dann die folge ging hat es auch hat es auch spaß gemacht so dieser anfang den fand ich halt mega anstrengend ja wenn du halt bei thematik so raus bist ging ja auch um ich glaube um sprecher und sprecherin wenn da natürlich nicht so deine thematik ist um die bücher glaube ich auch und wenn du da natürlich nicht so ein thema bist und die anderen reden dann sitzt du da jetzt ja ich höre ich mir jetzt an und äh war mir jetzt interessant ja genau so ging es mir dann tatsächlich auch ich habe ich höre es mir einfach an was sie zu sagen haben und guck vielleicht kann ich den einen oder anderen blöden kommentar abgeben aber selbst dazu war ich nicht in der lage weil ich einfach überhaupt nichts sagen konnte die ersten anderthalb stunden gefühlt ne weil die ja eine folge die ja keinen spaß gemacht hat ursprünglich hatte ich da mal master of chess stehen aus dem simplen grund dass mir die folge zu lange ging und ich zum schluss einfach nur wirklich komplett hunde müde war was in retro perspektive etwas idiotisch ist dass ich dann halt noch mit dir konnen bis fünf uhr morgens geguckt habe gesagt draußen wird schon hell ja aber eigentlich also ich habe es dann auch wieder gelöscht weil dann ist mir halt auch das ganze drum herum um die folge eingefallen und die ist halt nicht so blöd gewesen sie war mir halt einfach nur zu lange und ich war einfach müde wir hatten ja vorher auch dass das freunde buchen das war ja schon eine stunde anderthalb oder so haben wir ja aber eine einmalige aktion ist ja kommt natürlich jetzt nicht noch mal vor von daher hat das natürlich länger gezogen davon ab ja klar aber ich habe da jetzt angriff der computer viel stehen ja ist okay ja okay ja ich kann die folge einfach nicht leiden und damit bist du auch ich habe ja ich bin ja so ein statistik nörd deswegen jetzt schon nebenfakt mit den ganzen stunden und so weiter habe ich herausgesucht so und jetzt habe ich mal geguckt ihr habt ja jetzt gesagt welche folgen am meisten spaß gemacht haben und welche am wenigsten und habe ich doch mal geguckt welche folgen welche folgen habt ihr am besten bewertet und am schlechtesten bewertet und wir gucken ob dann auch mit der folgen die am meisten und wenigsten spaß gemacht gemacht haben übereinstimmen jonas bei dir mal am meisten punkte weißt du was welche folge kannst du irgendwas raten würdest du sagen das ist schwierig aber es müsste die beste folge aller zeiten sein von allen die noch kommen werden nein ich meine im letzten jahr die haben wir ja schon bei ewigkeiten aufgenommen nur im letzten jahr ach so boah ich würde jetzt tatsächlich sagen fluch des drachen wenn du schon so fragst ist aber wahrscheinlich die ich am besten bewertet habe obwohl ist die besprechung nicht so gut fang glaube ich ne angriff der computer wäre dann doch tatsächlich ne am besten hast du toteninsel mit acht punkten ach krass und am schlechtesten das bewertet karten des bösen mit 1,5 punkten und das lustige das lustige ist ja jetzt du hast die jetzt nicht genannt von wegen die die am meisten spaß gemacht ist das schöne eine folge kannst du auch nicht so gut finden aber trotzdem macht die besprechung spaß ja das ist ja das ne dass das ich finde die die karten des bösen war die letztes jahr kommt die nicht erst dieses jahr raus ne kam letztes jahr raus nein die war als geburtstagszeuge warst ja ich bin ich bin ich sag völlig durcheinander mit was haben wir alles aufgenommen was kommt im nächsten jahr raus was kommt dieses jahr raus im letzten jahr die folge finde ich halt tatsächlich nicht gut aber trotzdem hat mir die besprechung mega spaß gemacht weil es war halt auch mega witzig also ich hatte man haben wir sind eigentlich bin ich mit so einer erwartungshaltung reingegangen wir haben ja schon früher darüber geredet ja wir machen die folge voll kaputt boah voll doof wir machen da alles alles scheiße aber die besprechung war ja trotzdem witzig ich habe viel gemeckert weiß ich noch so ne bei dir die beste und die schlechteste bewertet was meinst du hast du irgendwas also ich würde mal sagen schlechteste ist jetzt angriff der computer werden weil ja dadurch bist du überhaupt drauf gekommen beste kotz was haben wir alles aufgenommen also karten des bösen ist es definitiv nicht das weiß ich ne ich weiß es ne keine ahnung also am schlechtesten hast du recht angriff der computerviren hast du einen punkt gegeben und die beste folge hast du zwei mit acht punkten eine die du ursprünglich mal aufgeschrieben hattest als schlechteste folge master of jazz und meuterei auf hoher see ja okay das ergibt sinn das ergibt sinn so und bei mir ja wie gesagt ihr habt ja jonas hat gesagt karten des bösen schlechteste folge angriff der computerviren schlechteste folge bei mir sind karten des bösen und angriff der computerviren die schlechteste folgen mit 1,5 punkten und die beste folge ich war selber überrascht muss ich sagen rache des tigers mit 7,5 punkten hätte ich jetzt nicht gedacht also man sieht aber nur acht punkte 8 punkte 7,5 punkte ein maues hörspieljahr gewesen ich glaube wir müssen noch ein paar folgen besprechen die wir mal ein bisschen höher ein ranken zumindest einer von uns war so eine 9,5 oder so also war falle ich ja los im letzten jahr also bei mir sind halt die meisten folgen die ich gut finde schon weg nein da gibt es noch so folgen wie phantomsie und so kommen wir gleich noch zu sprechen da gibt es noch ein paar folgen die die kommen werden und die gut sind ich weiß jetzt nicht wo wo was der hauptgrund ist ich glaube die folgenauswahl war teilweise auch nicht so geil gewesen nicht aber an uns im endeffekt da müssen wir uns selber aus meiner sicht jetzt weil wenn wir unser 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 ranking unser persönliches ranking machen und jemand schreibt drei folgen auf die er total geil finde die finden die anderen halt total scheiße und dann kommen aber folgen die er total blöd findet die wir dann hoch bewerten und ähm also nel fliegt ja nels folgen fliegen ja teilweise äh regelmäßig immer raus oder meiner guilty pleasure folgen auch weil ihr die halt total doof findet und dann kommen halt folgen die ich nicht so gut finde oder die vielleicht eine nel oder du nicht gut findest und dann bewertet man nicht so hoch wir müssen vielleicht mal wirklich sagen okay wir machen mal wieder ein paar klassiker aufnahmen wir können einfach mal hingehen und sagen in diesem jahr äh dass sich jeder eine folge wünschen oder dass die anderen einschreiten dürfen oh gott obwohl nee obwohl nee warte warte ja doch können wir so machen jonas gehen gerade können die hörer jetzt nicht sehen fühlt sich gelangweilt jonas möchtest du keine folge wünschen doch ich finde die idee finde ich die finde ich richtig gut ich bin jetzt nur schon jetzt schon am überlegen welche folge ich dann nehmen würde also ich habe da auch eine im kopf ich weiß es schon ja ähm dann gehen wir noch zu frage drei über weil die frage die wir jetzt sie weiß es schon da haben wir ja auch eine frage für also kommen wir zu frage Nummer drei und zwar wer war euer lieblingsgast ja natürlich gemein wir hatten fünf gäste fünf folgende gäste sagen wir mal so ähm wir hatten Anna und Thomas bei Meisterkänien Thomas bei der verschwunden Filmstar bestimmt jonas lieblingsbesprechung gewesen ähm und wir hatten ähm Thomas Jessica äh einmal zum Hexenhandy einmal zu Meuterei auf hoher See so dann haut mal raus also ich habe geschrieben dass es gemein ist und ich mag alle aber das liegt auch nur daran dass die Folge mit Mara ja nicht letztes Jahr rausgekommen ist ja ähm klar man mag auf jeden Fall alle so ist halt nicht also wir haben ja jetzt kann ich mal schon mal vorweggreifend auf mir mal privat geschrieben wir haben gesagt wir wollen jetzt nicht hingehen und ähm auf Teufel kommen raus immer neue Leute immer neue Gäste einladen sondern wir haben gesagt wir möchten jetzt in einem kleinen Kreis beibehalten äh und dann lieber Leute wiederholt einladen wie Jessica wie Thomas jetzt haben wir ja ähm Lisa demnächst mal zu Gast äh Mara war schon zu Gast die Aufnahme ist schon fertig kann gerne wiederkommen da hat man lieber Leute wieder wiederholt einlädt statt einfach nur immer neue Leute neue Leute neue Leute weil wir merkten es ja auch man spielt sich einfach besser ein ne wenn man öfter miteinander aufnimmt und äh man weiß auch einfach die Chemie stimmt und das ist glaube ich auch für die Hörer ganz angenehm wenn du da Leute hast die schon mal gehört hast und denkst dir ach cool die kommt wieder zurück oder der kommt wieder zurück und ähm freut sich drauf find ich mal ganz schön Jonas bei dir dein Lieblingsgast ähm ja die Frage ist tatsächlich gemein weil man will ja jetzt hier niemandem vorm Kopf stoßen ähm mein Lieblingsgast war aber tatsächlich waren die Aufnahmen mit Jessica weil a die Kinder die dann zwischendurch da manchmal da sind das ist halt mega mega gut die das ist halt immer mega witzig und ähm ja ich find Jessica hat auch so ne ruhige Art an sich die die Aufnahmen auch sehr angenehm machen ja ich muss ich du hast ja immer so das Ding Jessica ist ja eher so ne die ruhige die dann immer so ein bisschen ähm ja ein bisschen Kontra gibt hier und da so Thomas ist sehr der enthusiastische Hörspielfan so Anna Anna ist so der Zwischenpunkt dabei ne und äh so hat jeder seinen eigenen seinen eigenen Part ne und die Folge haben einfach alle Spaß gemacht ich hab aufgeschrieben mein Lieblingsgast war Nell na ja du warst so häufig nicht da gewesen da hab ich mir gesagt ich dachte du hast mal den selben Gag also von daher war ich immer ein bisschen enttäuscht nein 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 das soweit hab ich gar nicht gedacht in dem Fall nein aber du kannst halt Möglichkeiten da wirklich dann äh favorisieren weil die Folgen alle speziell sind ne also ich hab genauso viel Spaß mit Thomas da rumzunörden wie mit Jessica gegenseitig Kontra zu geben wie gesagt Anna hat dann ihre Geschichten aus Amerika erzählt was mega spannend war war gerade im Geistercanyon Antilope Canyon ne ein bisschen weiß ich noch so dann haben wir abgehakt dann würde ich sagen kommen wir zu Frage Nummer 4 und zwar wen würdet ihr gerne mal als Gast haben Nell du grinst schon ja du hast da immer den Hütterkopf oder nein natürlich aber ich also das Ding ist halt einfach ich hätte mal gern wirklich tatsächlich einen der drei Fragezeichenautoren als Gast und wenn es jemand von denen sein müsste wäre es wahrscheinlich Kari Erhoff weil ich mag ihre Bücher am liebsten was ich hab das auch aufgeschrieben ernsthaft ja nein ich hab aufgeschrieben es gibt zwei Varianten und zwar Sprecher weiß ich halt nicht so weil da ist immer ich hab mir zu bedenken du hast halt immer so 0 auf 15 Fragen gestellt die sich schon tausendmal gehört haben und du willst ja auch immer dass sie sich wohlfühlen und mal nicht immer denselben Fragen ja aber ist ja deine Lieblingsfolge ja meine Lieblingsfolge ist nach den Angst weißt du weiß ich oder wie kam es zum Sprechen und so weiter und dann hörst du immer dieselben Geschichten die wir ja auch schon kennen im Endeffekt durch die ganzen Interviews und so weiter und der Gast soll ja hinterher rausgehen und sagen hat mir Spaß gemacht hat mir auch was gebracht und dann muss ich sagen ist wo ich mir halt richtig gut vorstellen kann ist halt ein Autor habe ich geschrieben André Markt oder Kari Erhoff fände ich mega spannend allein weil ich ja auch gerne mal hier und da schreibe und Nell du ja genauso und mich einfach mal interessiert der Werdegang von der Entstehung von der ganzen Entstehung der Geschichte von dem ersten Gedanken wie baue ich die Story auf wie baue ich die Charaktere ein warum habe ich das Setting gewählt gibt es Figuren die ich bevorzuge weil ich die besonders mag finde ich halt mega spannend und deswegen habe ich aufgeschrieben wenn dann ich kenne mal einen Autoren zu Gast einfach mal um darüber zu quatschen und du hast echt gesagt jetzt kommt die wieder mit ihren scheiß Büchern das geht mich doch nicht außer ein Hörspiel ist gut nein nein auf gar keinen Fall also ich würde es auch glaube ich mega spannend finden weil für mich auch so manchmal so die Frage tatsächlich aufkommt es ist ja jetzt kein Geheimnis die letzten Folgen fand ich alle nicht so gut also die letzten Folgen die jetzt rausgekommen sind aber ich würde da dann auch mal gerne so den Autor fragen welchen Gedankengang er denn bei der und der Geschichte hätte die ich jetzt vielleicht im Hörspiel nicht so gut finde ich habe das Buch dann jetzt dann nicht gelesen weil ich das also es ist ja oft so was wir schon öfters hatten die Bücher sind ja teilweise viel besser weil da halt viel mehr drin auch steht du hast viel mehr dass man so denkt okay also und dann auch mal so einen Autor fragen wie er oder sie denn darüber denkt wenn das Hörspiel raus ist also dass man ob die auch eine Mitspracherecht haben welche Szenen rausfliegen welche Szenen nicht rausfliegen oder ob die da so nach dem Motto die sind jetzt dem ganzen Nell schüttelt schon im Kopf also Nell kann die Antwort beantworten die haben kein Mitspracherecht welche Szenen so rausfliegen nee nicht wirklich das war ja bei der Frau hier Weidhofer Höfer oder so bei der war das so dass die die 125 Geisterbucht dass die ne die hat die auch nicht geschrieben oder du meinst doch die hat da auch was von geschrieben sicher ziemlich denke ich also ich hatte mal beim SSP hatte ich das nämlich so gehört dass die da etwas Beef mit dem Verlag dann hatte und dass sie deswegen dann auch aufgehört hat zu schreiben halt für den Verlag das glaube ich nicht ja aber auf jeden Fall würde ich es halt mega spannend finden wie die dann auch darüber denken ja schneide ich raus Nell damit er nicht so auf will es stimmt aber also nicht 125 dann jetzt meinetwegen aber ich meine es war irgendwas mit Geisterbucht oder so ähnlich 150 Geisterbucht ist 150 ja also ja siehst du da habe ich doch ich habe nur die falsche Zahl gesagt da habe ich die Weidhofer geschrieben glaube ich nicht die ist vorher schon aufgeschrieben vorher schon aufgehört ich gebe auf Astrid Vollenbruch war wahrscheinlich die du meinst ah ja das kann sein jetzt schon vorher aufgehört zu schreiben dann äh die 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 zweite Gast habe ich noch bist du zu Ende Jonas ne ich ich muss muss jetzt abwarten wie wie Thomas ich habe jetzt gedacht er will schon die nächste Frage überleiten ohne dass ich dass ich meine Gäste genannt habe ich wollte erst mal meinen zweiten Gast noch nennen ja das ist okay nein aber um nochmal abschließend zu sagen ich würde es ja wirklich interessieren wie die darüber denken wenn sie so eine Folge hören also ob sie dann sagen die ist jetzt total kaputt gemacht worden oder finde ich gut dass diese Folge so ist weil die meine wichtigsten Punkte sind drin ja habe ich noch einen zweiten Gast aufgeschrieben kommt ihr nie drauf und zwar eine richtige Expertin und zwar Emma die kleine Tochter von Jessica die ist so putzig ich kann mir mal erzählen also wenn Jessica zu Gast ist dann kommen ab und zu die Kinder rein und erzählen was und dann reden die jetzt mit mir und hier es war mega witzig gewesen also beide Aufnahmen und mega putzig und Emma ist ja auch regelmäßig dabei und von wegen hallo hallo vielleicht eine Party im Hexenhaus total putzig die Ullige und von daher die kann Jessica demnächst mal mitbringen und dann kann die mitsprechen sie vielleicht total chaotisch werden aber haben wir so eine die auch auf Mellniveau redet von daher vom Alter her macht das ja ungefähr so Jonas hast du noch jemanden ich hab tatsächlich bei Gästen auch die Sprecher der drei Fragezeichen aber dann nicht so zu im Sinne von mit Fragen Hagel und etc sondern mit denen halt wirklich eine Folge auch besprechen dass man sagt man sucht sich eine Folge aus und man spricht mit denen dann halt auch so diese Folge wie wir sie machen dann noch Judy Winter mit ihr würde ich dann gerne in der Karista Franken Folge sprechen und ja ich bin halt ein absoluter Fan von der Stimme und ich finde es halt mega und was ich mir dann noch sehr spannend vorstellen könnte die Personen die die Hörbücher einlesen und mit denen die jeweilige Folge zu besprechen also was weiß ich Pastewka Bela B und alles und mit denen dann die jeweilige Folge zu besprechen die sie eingelesen haben ja genau ich würde die ja gerne als Gast haben als dann machbar ist darum ging es ja gar nicht also ich fände es halt mega spannend so mal einfach so weiß ich nicht dann fährt man stell dir mal vor Bela sitzt auf einmal hier mit im Podcast und wir besprechen der tanzende Teufel den hat der glaube ich gelesen ich glaube ja und würde einfach im Skript würde sich dann so also mit uns eine Folge besprechen fände ich mega spannend oder der Pastewka oder von mir aus hier der der Kalko oder so weil Bela wie muss ich denn aufpassen wenn er sagt dann sagt er irgendwann ja Junge und wie du wieder aussiehst muss ich wieder aufpassen als ich den Songtext plötzlich rein plaudere ne überlegst gerade den Song kenne ich nicht also doch aber wer ist Bela B von den Ärzten der Durma der Schlagzeuger von den Ärzten genau ja dafür kriege ich wieder von später welche von Mara drauf aber okay ja zu recht muss ich sagen ich schreibe schon mal ne SMS ne SMS ne WhatsApp schuldig ne SMS ich schreibe ne SMS ich schicke eine Brieftaube los Rauchzeichen die klatscht einfach nicht vom Fenster Batsch die Perlen würde ich auch mal besprechen dann kommen wir zur nächsten Frage jetzt kommen wir zur ganz ernsten Frage und zwar wie oft wird nebenher im Podcast gegessen ja Essen ein großes Thema bei uns im Podcast wobei nicht während der Aufnahme muss ich sagen sondern eher zum Ende hin ein Outro ist gerade ausgespielt und Junge sagt dann meistens immer ich hab Hunger ich bin schon mal weg ne ciao das stimmt tatsächlich also ich bin da sehr ich glaube dass das das Problem ist ich denke mir so vor der Folge immer boah du hast jetzt gar nicht so großen Hunger und musst jetzt noch nichts essen so und dann während der Folge denke ich mir dann auf einmal scheiße du kriegst jetzt richtig Kohlen ab das ist jetzt richtig unangenehm wann ist die Folge vorbei und ja aber ich glaube dass der Einzige der wirklich nebenbei im Podcast ist ist Thomas aber dann auch immer nur Schokoweihnachtsmänner wenn er wieder irgendwas wo drüber wenn er was sagt und er will sich nicht aufregen dann bin ich seine Schokoweihnachtsmänner ja wobei das war auch im letzten Jahr war ich nur einmal gewesen weil ich merke einfach wenn du dann so moderierst oder erzählst und du hast halt Schokolade die im Mund geschmolzen ist die klebt dann noch irgendwo in der Backe oder so und du merkst halt irgendwie du küsst die Zähne richtig auseinander und da ich ja eh schon so schnell spreche und so weiter ist das immer ein bisschen problematisch wenn du dann noch Schokolade zwischen den Zähnen hast und denkst dir oh ne also ja und ich muss auch sagen ich finde immer so als Hörer selber so Nebengeräusche finde ich schlimme ich hab zum Beispiel Jonas hat ja auch immer das Thema ich war zum Beispiel in den letzten beiden Aufnahmen war ich krank gewesen war immer wieder am Husten musste ich alles rausschneiden alles muten weil ich es einfach mega unangenehm finde wenn du da irgendwie so jetzt beim Essen zu bleiben einen Schmatz in den Ohren hast weil da irgendjemand am Kauen ist oder so das finde ich halt du bist unterwegs am Spazieren bist du am Joggen oder was weiß ich was Sport und das schmatzt dir eine ganze Zeit ins Ohr weiß ich nicht das finde ich halt nicht appetitlich schönes Bäuerchen so nebenbei nochmal rausgehauen nee das ist so Sachen das muss einfach nicht sein und deswegen gegessen bist du auch nicht oder also du bist ja auch nicht in der Aufnahme nein ich esse immer vor dem Podcast weswegen ich immer aktiv zu spät komme kann man auch passiv zu spät kommen theoretisch schon ja wenn die Beine verspätet wahrscheinlich umso passiv zu spät ja was willst du was sagen also ich eben glaube was tatsächlich relativ häufig im Podcast vorkommt ist dass das getrunken wird so nebenbei was du auch normal die ganze Zeit redest und so und da muss ich aber ganz ehrlich sagen bei uns finde ich es eigentlich dass es auch gar nicht auffällt ne also du hast ja dann wenn ich mal was weiß ich du hast ja jetzt nicht dass du die Flasche direkt neben dem Mikrofon aufmachst hörst du dann so und dann hast du einen der macht ist dann so am trinken nebenbei und also ich trinke auch nur unalkoholisches wenn ich im Podcast trinke also ist der einzig Moment am Tag wo du nichts alkoholisches trinkst im Podcast offen haben deswegen gesagt du hast immer wir müssen schnell durchkommen ich ich brauche ich brauche nur Pegel das Zittern fängt schon wieder an mit den Händen ne aber dazwischen schneide ich meistens raus weil Mute ist also mir fällt es jetzt zum Beispiel auch wie du hast jetzt gerade auch deine deine Flasche aufgemacht aber auch so also es ist jetzt so wir sind ja schon bedacht dass man dann keine Ahnung die Flasche schon extra weit weg hält oder die hast die vielleicht schon offen neben dir stehen oder so dass es dann auch nicht so unangenehm wird weil ich glaube auch so Essgeräusche oder so kommt ja bei den drei Fragezeichen auch mal vor dass die was weiß ich essen und dann was besprechen oder so finde ich auch denke ich mir immer so muss jetzt nicht sein in der Aufnahme finde ich auch doof das Zischen von meiner Wasserflasche extra drin damit die Hörer mal hören wie es sich normalerweise anhören würde ich habe nicht gehört weil ich gerade geredet habe in dem Moment kann auch sein Nell die nächste Frage ist dann quasi für dich habt ihr mal gezählt wie häufig Nell you know und honestly sagt Nell möchtest du die Stellung beziehen dazu ich habe nicht gezählt nein es ist halt etwas was ich es ist halt einfach in meinem Sprachrober auch tief verankert obviously klappe und es ist tatsächlich wenn ich mit Gleichaltrigen abhänge ist es nicht so offensichtlich weil die das teilweise auch benutzen ich habe ja mit Mara zum Beispiel aktiv ist es manchmal so dass ich von Deutsch plötzlich ins Englische rübergehe mit ihr sodass wir dann auf einmal irgendwie auf Englisch reden deswegen also nein nicht gezählt ja ich merke es ja auch wenn ich mit dir unterwegs bin in der Abbruch und so euren Podcast merkt es halt ja auch irgendwelche englischen Klamotten hier raushaust bin ich mittlerweile auch schon gewohnt aber jeder hat so seine Magne Jonas zum Beispiel sagt immer dies und das sagt immer sehr häufig voll häufig also fällt einem gar nicht auf ich sag auch mal ich sag auch häufiger mal irgendwie doch mit der Vergangenheit von wegen mit gewesen am Ende noch so richtig Rupphop mäßig also ich hab jetzt kein Beispiel parat aber es gibt ja nicht umsonst ab und zu Lisa hat ja ein Bullshit-Bingo gemacht zum Beispiel zu unserer Master of Chefs Besprechung und es gibt halt so manche Sachen die jeder mal sagt seine Floskeln hat jeder und deswegen ist halt bei Nell ganz normal und bei uns anderen auch also von daher macht es ja auch irgendwie automatisch ab und zu ist so ein bisschen ist so ein bisschen dieses ich weiß gar nicht ob Nell es wahrscheinlich nicht mehr so aktiv kennt dieses Lisa aus Australien es gab es gab es noch mal so eine ganze Zeit lang so Lisa aus Australien sagt ja ich war oder Lisa sagt ich war jetzt ein Jahr in Australien ich weiß schon gar nicht mehr wie man wie man diese Wörter auf Deutsch sagt oder so solche Geschichten ich glaube bei der heutigen Jugend gehört es einfach dazu es ist einfach so Teil des Sprachschatzes wie bei uns andere Sachen wie du schon sagst also ich muss ja sagen ich hab mir aufgeschrieben dass ich persönlich habe aufgehört bei 267 zu zählen von you know and honestly was nein war jetzt ein Scherz ich hab einfach jetzt irgendeine Zahl aufgeschrieben also weil es kommt schon häufiger vor aber für mich gehört es auch schon dazu ne also wenn du solche Sachen sagst dann sag ich dann denke ich mir dann sitze ich jetzt nicht und denke mir so ja mein Gott er kann es ja nicht einfach sagen ja ehrlich oder weißt du oder so sondern es ist halt einfach so Teil deines deines Sprachgebrauchs oder auch eurer Jugendbewegung oder eurer jugendzeitlichen Zeit ja ne dieses aktuelle Zeit geschehen ihr seid keine Kinder der 90er ihr seid halt anders drauf also da wusste ich aber auch ganz ehrlich zu sagen das Ding bei mir ist halt das Ding sag ich auch häufig fällt mir gerade ein aber das Ding bei mir ist tatsächlich auch einfach Klappe dass ich wenn ich Sprachen lerne oder wenn ich irgendwelche Sprachen halt kann bei mir ist es jetzt halt einfach sehr deutlich Englisch weil ja Englisch ne aber dass ich dann auch anfange halt Vokabeln da zu verwenden also ich ich lerne ja momentan Japanisch und ich merke halt einfach dass ich teilweise dann irgendwas Japanisches sage anstatt halt das deutsche Äquivalent dazu das habe ich sehr deutlich bei so warte warte mal kurz das sage ich inzwischen eigentlich fast nur noch auf Japanisch ok ja ich muss ja sagen wir sind ja wir sind ja quasi die Generation die genau zwischen diesen altbacken Deutschen sind und zwischen dem London Hell jetzt ist die Generation weil wir haben ja das Englische quasi wirklich dann auch mit übernommen also das Ganze mit cool und so weiter das fing ja damals mit den ganzen Klamotten an das waren ja wirklich die Kleinigkeiten wo ihr sich denkt ja heute völlig normal der denkt sich gerade wie Englisch das ist doch völlig normal wie man cool sagt zu der Zeit damals war halt neu gewesen und damit fing ich die ganze Geschichte hier an und weil ich ja letztes Jahr gepostet bei Instagram Jonas wir sind ja nicht irgendeine Generation wir sind ja die in Ungarn sagen die zu unserer Generation die in den 80ern geworden ist die Duckdates Generation finde ich überragend also nicht wir sind die Duckdates Generation ich habe das gesehen bei Instagram ich habe es mir jetzt aber nicht ehrlich gesagt nicht so genau durchgelesen und die Frage dazu gestellt warum wieso weshalb aber da ist jetzt stelle ich mir gerade die Frage warum denn Duckdates waren die so beliebt so 80er 90er Duckdates war das so ein Phänomen gewesen Alter wolltest du mich verarschen oder was das war ja A lustige Taschenbücher ohne Ende ich weiß nicht wie viele lustige Taschenbücher ich im Keller liegen habe Unmengen an lustigen Taschenbüchern hast du auch gehabt oder nicht dann kam die Serie ja klar und die Serie aber das war das Einzige ja gut Mickey Maus Hefte und alles und so aber ich habe es glaube ich nie so ich war dann in den 90ern noch nicht so alt dass ich so bewusst wahrgenommen habe ja dann bist du nicht Duckdates Generation ja bin ich aber wahrscheinlich nicht kann ja durchaus sein also ich habe zwar lustige Taschenbücher auch gehabt oder habe die immer noch aber war nie so der so krass dahinter her ja also Thomas 1 ist da auch ganz ganz der hinterher lustige Taschenbücher oh ja sehr naja der hätte ich der hätte wahrscheinlich loslassen können von daher bei mir liegen die im Keller Thomas kommt sie hier heute noch Keller ja die liegen schön in der in der Box luftdicht verschlossen sind die schön im Keller also bei mir stehen sie im Regal so viel Platz habe ich nicht da muss ich ja alles wieder umbauen ich brauche ein extra Zimmer allein für meine Dartscheibe und Podcasterei und Dartscheibe ich brauche ich muss umziehen mich der nächste wieder umzieht dann würde ich sagen kommen wir doch zur nächsten Frage und zwar Frage Nummer Nummer 7 sind wir jetzt schon mein Gott welche Folge möchtet ihr im nächsten Jahr auf jeden Fall besprechen ja und da haben wir gerade die Geschichte von wegen hast du es doch mal alle einfach gewünscht in diesem Jahr und Nell ist schon hat schon ihre Hexenstellung angenommen hier hat schon die hat schon die Hände gefällt und denkt sich ey Idioten ja Nell dann hau raus Todesflug Todesflug weil Johas denkt sich gerade A3 brauche ich mir die brauche ich mir die nicht wünschen wahrscheinlich der Punkt ist der ich habe mir auch Todesflug auf jeden Fall aufgeschrieben weil ich dachte Nell nimmt jetzt irgendeine andere Folge die die sie total gut findet und also Todesflug möchte ich auf jeden Fall mal möchte ich auf jeden Fall besprechen Todesflug ich mag die Folge einfach ja die ist toll ist halt eine zu meiner Guilty Pleasure Folgen sagt doch einiges über dich aus also ihr beide auf jeden Fall für Todesflug na toll also warte mal warte mal wenn Jonas Todesflug nimmt nehme ich Mann ohne Kopf Mann ohne Kopf ist auch überragende Folge ich hatte überlegt wir haben ja die Frage kommt ja gleich noch also Mann ohne Kopf als für was anderes auch bewahren weil die finde ich auch ganz gut aber da komme ich gleich drauf zu sprechen mein Gott komme ich gleich drauf zu sprechen so ich habe mir aufgeschrieben die rätselhaften Bilder weil ich De Grot abfeier und Renegeneresis spricht ja den De Grot für mich spricht er den besten ausländischen Charakter im Fragezeichen Universum weil er selbst auch Holländer ist und Jotsfordame habe ich mittlerweile auch in meinen Wortschatz aufgenommen ich liebe das einfach ich finde De Grot finde ich so großartig deswegen für mich rätselhafte Bilder wäre eine Folge wo ich sage hätte ich richtig Bock drauf ja ich mag die auch für mich ist der Charakter der Folge jetzt schon De Grot von daher ich kann es verraten alles klar willst du auch noch sagen wie viele Punkte du gibst für die Folge haben wir die Besprechung direkt abgehakt meister meine Bilder zick nein zack tolle Folge da haben wir noch die Frage gehabt von Pinard Panda nicht ganz ernst habe ich euch einsprechen lassen wann kommt endlich der verschollene Pilot ist verschollen weil es ja daran so besonders dass ich unbedingt kommen muss ich bin da irgendwie habe ich da irgendwer verpasst äh ich ich glaube ich also ich weiß wieso es bei manchen im Phantom von in meinem Alter sehr beliebt ist ich weiß jetzt nicht wieso bei Pinard Panda willst du sagen sie ist alt nein also sie ist älter als ich ist richtig wer ist nicht älter als du Mara ja stimmt Mara ist jünger als ich ne aber ähm also ich weiß dass viele in meinem Alter die toll finden weil es da diesen sogenannten Kuss bei den drei Fragezeichen gibt frag mich nicht wieso aber ja yeah ich finde die Folge auch nicht so spannend muss ich sagen sie ist halt ich sie auch nicht sie ist so beziehungsweise nein warte mal also sie hat theoretisch ein gutes Konzept ja aber die Ausführung ist scheiße ja gerade die Auflösung am Ende zu richtung Ende also die die Auflösung mit den Steinen und so weiter das finde ich total nur was denkt sich gerade worüber reden die was für ein Pilot ich muss sagen ich habe die gerade erst mal nochmal 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 nachgucken weil ich habe die glaube ich durcheinander geworfen ich habe die glaube ich verwechselt mit der wo die in diesem Haus sind wo die für Onkel Titus irgendwas suchen sollen und oder abholen sollen und dann kommt dieser der hier der schizophrene der schizophrene Butler oder so da die habe ich irgendwie im Kopf ja ist er doch das ist die ach das ist die ich habe da irgendwie das kann man im Kopf gehabt ja eigentlich finde ich die ganz gute Folge ja lieber jetzt wisst ihr wieder warum wir manche Folgen besprechen und manche nicht gut gut du hast dich die verschollene Piloten ist auch der Todesflug ist weil ich auch nicht verschollene Pilot können wir die gut besprechen dann würde ich sagen kommen wir zur nächsten Frage und zwar was war euer schönstes Event Erlebnis in 2023 habt ihr da irgendwas drei Fragezeichen drin wir haben ja nicht so viel gemacht muss ich sagen ja erstens das aber standardmäßig würde ich sagen das drei Fragezeichen Quiz ja und die ähm live YouTube Besprechung mhm was bei dir ja also drei Fragezeichen Quiz steht bei mir auch und ich fand obwohl ich eingepennt bin das Kino eigentlich den Film ganz ganz cool weil ja also generell alles wo wir drei uns live auch wirklich dann vor Ort treffen und zu dritt dann was unternehmen mag ich eigentlich die Erlebnisse und klar die YouTube Aufnahme war halt auch nochmal war ein besonderes Highlight gewesen ähm ja es gab Zimtschnecken ohne Zimt das war dann ganz ganz besonders aber das war wirklich so ähm einfach weil so viele Leute auch finde ich für unsere Verhältnisse dann viele Leute zugeguckt haben und auch so lange dabei geblieben sind ne also manche die haben ja wirklich bis zum Ende sich das Ganze angetan also danke dafür auch nochmal und ähm ja also die Live-Sachen eigentlich wo wir drei live vor Ort sind und irgendwie zusammen was erleben finde ich immer ganz spannend ja das coole war auch wenn du das Quiz gesagt hast ähm du lernst halt immer wieder neue Leute kennen ne ist halt schön wirklich dann die Gruppe wurde immer größer ne Anni von Café Rock and Beach haben wir kennengelernt Lisa glaube ich zum ersten Mal gesehen ähm dann war ja Nele noch da gewesen und so weiter und so fort ich hoffe ich vergesse jetzt keinen und ähm dementsprechend ist halt immer geil neue Leute neue Leute kennenzulernen sich auszutauschen äh dann hab ich noch aufgeschrieben Jonas äh die Bobcast-Veranstaltung fand ich richtig nice muss ich sagen jetzt Spaß gemacht stimme aus dem Nichts oh du bist nicht ganz übergeistert es war okay ich fand es jetzt nicht dass es also klar wenn man die Leute da gesehen hat da war glaube ich Volpartin war ja glaube ich da gewesen ne ja genau und äh fand ich ganz nice die war die war in Ordnung war jetzt nicht so mein Highlight also nicht wegen den Leuten die wir da getroffen haben ne sondern so genau wo ihr aufgeschrieben habt Nelly hast mich gerade ein bisschen enttäuscht Nelly hast mich gerade ein bisschen gebrochen wieso die Fahrt nach Hamburg hab ich noch aufgeschrieben ach die war letztes Jahr ja Ernsthaft ja während deiner Abi Abi Zeit achso das hab ich ja ne hatte ich nicht mehr auf dem Bildschirm ich dachte das wäre vorletztes Jahr gewesen gefühlt ja war relativ früh Anfang des Jahres gewesen aber das war auch halt mit dem mit dem Theaterbesuch mit Harry Potter so wie war was dachtest du jetzt die Franklin die Schauspieler der Franklin hat im Theater die Pistole nicht aus der Tasche bekommen das war nicht sehr wittlich und die ist dann ein bisschen in Panik verfallen hat es trotzdem gut gemeistert aber es ist trotzdem sehr witzige Szene gewesen ja es hat einfach mega Spaß gemacht dann ja generell Hamburg war an sich geil Harry Potter dann dieses Q&A wir wir abends noch gemacht haben war ganz nice dann Jona das hab ich noch aufgeschrieben unsere Aufnahme ein ganz bisschen Fanta gebucht fand ich auch fand ich auch ziemlich gut die wir gemacht haben wo wir die ganzen Events mal alle stimmt die haben wir ja auch letztes Jahr gemacht die haben wir haben wir die gemacht nach nach Vorder zum Jenseits glaube ich oder an dem Tag davor ich glaube ja ja genau stimmt da hab ich auch mega Spaß gemacht muss ich sagen einfach mal dieses abseits vom normalen Folgungsgespräch einfach so ein bisschen Quatschen wie jetzt quasi auch ja ja das sind aber auch so Sachen die machen aber auch Spaß so abseits vom Skript und einfach mal frei frei Schnauze reden sag ich mal Apropos Schnauze Jona dann mach doch mal die nächste Antwort zur nächsten Frage habt ihr für 2024 etwas tolles geplant wir haben 2024 nein also haben wir haben wir haben wir was geplant ich glaube wir wollten eine neue Liveaufnahme machen ja das wollte ich jetzt da noch nicht so erwähnen weil da da gibt es ja noch eine Frage geplant geplant haben wir aktuell erstmal Escape Room auf jeden Fall im nächsten Jahr noch die wir machen wollen ja da fehlt da noch einer stimmt dann Jonas wir sind beim Bobcast im Oktober äh in Essen und im Oktober fahren wir noch in Armburg ist wirklich eine Release Party ja stimmt ich bin aktuell auch voll im im Arbeitsmodus und stimmt wir fahren ja ja ich hab ich hab wirklich vor dieser so eine dieser Fragen wo ich da vorgesessen habe und mir gedacht habe ey scheiße haben wir überhaupt was geplant machen wir überhaupt was nächstes Jahr wir sind doch jetzt mit unseren Aufnahmen kaum irgendwie auf Termine gekommen was haben wir denn geplant ne das weiß ich machen wir garantiert auch wieder vermutlich mal im Sommer gehe ich stark von aus so und was noch so anfällt ne also gibt es garantiert noch wir haben für 2025 Karten für das VPC John Sinclair haben wir auch schon ja und ansonsten gucken wir was noch so anfällt ne ich hab ähm noch mit ähm Anni geschrieben dass ähm Cari Erdhoff macht wohl ähm bald eine Lesung über überlegen hinzufahren einfach mal um zu gucken das hilft mich einfach mal finde ich spannend ein Autogramm zu holen noch und ein bisschen zu quatschen und wann sie Peter endlich um die Ecke bringt aber wir können sie dann ja einladen in den Podcast ne ja das kann man auch machen da kann sie einfach ein weiteres Träumchen erfüllen ne na kann sie wieder was abhaken auf der Liste zing ja aber ich sag mal was jetzt so als was man jetzt als äh als Spaß so denkt ne wir können sie einladen ja ich meine Fragen kostet ja nichts ne man kann ja wirklich sagen guck mal hätten sie nicht mal Lust äh in seinem Podcast äh zu kommen entweder sagt die ne hör mal ich hab so viel zu tun ich muss so viele Bücher schreiben wo die sagt ja cool und dann können wir sagen hier unsere Karte dann kann ich ihr erzählen da hab ich immer gedacht das wäre ein Schreibfehler das die eigentlich Karl heißt aber gut ja und dann ist der erste Mal weiß der Karte ich weiß der Karte für den Namen ich weiß der Karte für den Namen ich weiß der Karte für den Namen ich weiß bestimmt Karl die hatte eine Katze gefunden die hatte ein Schild um den Hals darauf stand ihr Name Orang-Utan-Klaus da ist doch kein Name für eine Katze ich technierte es in fünf Teile und gab ihr einen Katzennamen ich nannte sie Telefonmann Jonas kennst du denn nicht und dann denkst du gerade was geht hier ab Helge Schneider haben wir auch geplant dieses Jahr wir gehen zum Helge Schneider Konzert ja stimmt wir gehen zum Helge Schneider und äh ist das Podcast relevant ist mir egal gerade ich bin gerade im Helge Schneider Modus ach Helge Baby es gibt Reis so dann würde ich sagen kommen wir zu Frage Nummer 11 was habt ihr euch für den Podcast für 2024 vorgenommen so ich sehe gerade äh fragende Gesichter nach dem Motto ich hab nichts aufgeschrieben also ich hab mir tatsächlich äh vorgenommen ähm manchmal wirklich auch besser vorbereitet zu sein also wirklich mehr Notizen zu machen nein ich ich geb's ja zu manchmal geh ich wirklich in so eine Dingensreihe und denk mir so scheiße jetzt hast du da und dazu überhaupt gar keine Notizen ähm gemacht so wie heute nein äh ja tatsächlich äh weniger trinken vor einer Aufnahme das ist es definitiv hast du aber jetzt gerade erst vorgenommen wahrscheinlich oder hat schon nicht mal geklappt ich weiß es nicht und äh mehr als äh ich würde wirklich versuchen vielleicht noch eine fünfte Folge in meinen Kennen Folgen äh Kennen Repertoire aufzunehmen dass ich die dann mehr als vier Folgen kenn da kann man ja ansonsten du hast jetzt fünf Folgen jetzt um mal wirklich ernst äh ernst zu bleiben eigentlich weitermachen wie bisher weil es macht mir Spaß und ja aus dem was jetzt auch äh ich sag mal so in der in der Vergangenheit äh war ne dass man sagt okay wir haben in der Vergangenheit das und das hat jetzt nicht so gut funktioniert das und das könnten wir vielleicht besser machen ähm einfach gucken den Podcast weiter zu entwickeln in einer gewissen Art und Weise dass die Qualität noch vielleicht noch besser wird als sie eigentlich schon ist bei dir ich hab ich hab da tatsächlich jetzt wirklich nichts stehen weil ich mir ist nichts eingefallen pünktlich sein wäre schon mal was ja das 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 ist mir jetzt gerade erst eingefallen so von wegen ähm ja ich kann versuchen pünktlicher zu sein immerhin waren es heute nur zehn Minuten die ich zu spät war und nicht eine halbe Stunde ja war völlig in Ordnung heute muss ich sagen wir wussten ja im Vorfeld dass du einen Termin hast und äh dementsprechend die ganze Stimme ähm wir haben ja schon einige Pläne für den Podcast wir haben ja die Talkrunde die soweit feststeht die ja einfach noch ein Termin scheitert genau wie das Quiz was wir ja eigentlich noch in Potte haben dann gab's da gestern noch eine andere Idee spontan in der WhatsApp-Gruppe da wir gesagt haben was ist denn mit so einer Mystery-Folge so das ist jetzt für die Hörer Moment für die Mystery-Folge wir haben uns überlegt ob wir nicht hingehen jeder von uns denkt sich die Folge aus und wir lassen die Hörer abstimmen welche Folge es wird eigentlich ohne Folgentitel sprich äh wir machen dann zur Auswahl das was Nell sagt das was Jonas sagt das was Thomas sagt und ihr werdet dann einfach wo ihr denkt joa der wird schon irgendwie meinen Geschmack treffen und äh wir werden dann auch auf dem im Podcast-Titel wird der Titel nicht genannt auf dem Cover wird der Titel nicht genannt und wir sprechen darüber euren Titel zu nennen und dann gucken wir mal ob da äh ob ihr drauf kommt ob wir drauf kommen gucken wir mal also ich mein weniger Arbeit für mich Nelson National Nebenfakten gibt's dann ja nicht doch die gibt's auch wie ohne Titel ohne Titel natürlich aber das ist doch die Folge stammt von dem und dem und geht so und so lange aber das ist so obvious ja wenn du sagst die Folge stammt von André Marx und geht 46 Minuten weißt du noch welche Folge das ist nein aber wenn da zum Beispiel irgendwie das ist die beste Folge der Zeit von eigentlich noch kommen werden ich geb auf da kann man umgucken das war ja gestern spontane Idee gewesen um die haben wir umsetzt also ich find sowas mega spannend stell dir vor du machst so einen Podcast an du weißt nicht um welche Folge es geht und bist dann die ganze Zeit überlegen worüber quatschen die und worum geht's ich mein die ganzen Experten werden wahrscheinlich nach zwei Minuten denken okay die und die Folge ist es aber ja aber dann vielleicht irgendwie zum ersten April oder so ne geht nicht haben wir eine andere Folge vorgeplant außerdem ist dieses Jahr am ersten April keine Folge ne aber man kann's ja so machen weiß ich nicht zweimal im Jahr oder so ne von daher zweimal im Jahr ja was denn also eine Mystery-Folge also ich ich ja egal ich sag dazu nichts ja ist er aktuell noch in Planung erstmal ist er jetzt noch nicht final ich find's gut das war mir klar nein weil ich selber dann gar nicht weiß welche Folge wir eigentlich besprechen weil wenn er keinen Titel will dann ne aber ich glaube dass also mir würden da schon einige Folgen einfallen die glaube ich vom Anfang her nicht so leicht zu erraten sind wenn es nicht so gängige Dinge sind ich mein wenn du jetzt sagen würdest die fahren durch ein Maisfeld und irgendjemand verwechselt sie mit einer Vogelscheuche dann weißt du ungefähr dann weißt du direkt welche Folge das ist ne aber wenn du zum Beispiel sagst ein jemand springt über den Zaun auf dem Schrottplatz das können ja keine Ahnung hundert Folgen sein die so anfangen ja wenn du halt eine Folge nimmst die ein bisschen neuer ist und nicht nicht so eine Klassiker-Folge die jeder schon hundertmal gehört hat sondern eine wo du denkst ja die ist vielleicht nicht ganz so bekannt du willst wirklich eine der neueren Folgen besprechen Thomas mein Ding ist in meinem Alter heißt ja neuere Folgen so ab 150 was ist denn für dich neuere Folgen äh I don't know so Knochenmann ja gut die ist sehr neu und sehr doof ach haben wir das Buch gelesen genauso wie und die Gesetzlosen und Jacht des Verrats und die sind alle neu im Buch genau die die Dinger ja dann kommen wir doch zur letzten Frage und zwar gibt es 2024 wieder eine Live-Besprechung? Nell du lachst? ja weil ich vorhin ja schon gefragt hatte aber I guess ja hoffentlich also ich hätte Bock bin ich bin ich ganz ehrlich weil ja die Interaktion mit dem Chat und alles das hat mir schon hat mir schon Spaß gemacht also ich würde mich freuen wenn wir es hinkriegen würden eine Live-Besprechung zu machen ist halt die Frage ob es eine ob es dann so eine Jubiläums Folge wird für uns also was weiß ich Folge 70 Folge 80 keine Ahnung oder Folge 60 oder wie auch immer und da vorgesehen ich habe ich habe jetzt einfach nur irgendwelche Zahlen 75 ja man kann ja man kann überlegen wir haben ja im Sommer immer Podcast-Geburtstag ob man halt den Drehraum immer macht so als letzte Folge vor der Sommerpause zum Beispiel könnte man das machen wenn es Zeit nicht passt ich muss sagen es hat auch einfach mega Spaß gemacht wie gesagt dieses ganze drumherum dieses ganze wie gesagt vorher den Probelauf wie wir das vorher die können wir garantiert nochmal machen morgens schnell abgeholt das war halt mega generell mega witzig ja es war halt es ist halt dieses typische wenn man mit Kumpels auf Tour geht sag ich mal so nach dem Motto das Wochenende irgendwo hinfahren aber dieses ganze du kommst du kommst du bist nicht so du hast alles hoffentlich frei vorher bin natürlich auch geil dann als du nicht vorher arbeiten musst ja ich weiß jetzt tatsächlich sogar auch schon wann unser Sommerfest ist also von daher der Termin steht schon fest das heißt das kann ich schon planen ich bin nur irgendwann ich bin die ersten zwei Wochen auf jeden Fall in den Sommerfernen und die erste Woche bin ich im Urlaub ja aber dass man dann hingeht und dann den Tag so zusammen verbringt dieses ganze doch vorbereiten dieses fände ich halt war halt mega cool gewesen also wenn wir vorher wie gesagt den Bubble Tea Laden überfallen noch Essen geholt im Oberhausen Zentrum und so weiter und so fort haben wir uns dann noch das Hörspiel die DVD angeguckt vom Master of Chess die haben wir jetzt nicht gebraucht im Endeffekt hätten wir weil wir haben das Hörspiel ja vorher gehört hätten wir das nicht machen können aber dieses generell dieses ganze diese Aufbruchstimmung irgendwo sag ich mal das ganze lustige denn da hatte ich dann die Idee den Gedanken ob wir nicht da Mann an den Kopf machen oder Brainwash boah Brainwash wäre mega gut da würde ich denn die also wenn wir die jetzt dafür planen dann muss ich mir die Folge ja auch schon nicht mehr wünschen Nell ist gerade ganz angekündigt zerknirscht ne Brainwash nicht so ne echt nicht ne ja wir haben ein bisschen Zeit bis dahin also wir versuchen dieses Jahr eine Live-Videos ich finde die auch lustig ja und dann die ganze Folge mit Codenamen ansprechen oder wie ja ja ich bin Alpha hallo angelehnt an Alpha Centauri nein natürlich da legen wir uns fest wir versuchen dieses Jahr eine Live-Besprechung in Gang zu kriegen und dann auf die Beine zu stellen ja vielleicht auch ein bisschen früher dann letztes Jahr nicht ganz zu spät machen sondern dann irgendwie schon nachmittags anfangen oder so gucken wir mal übergeben wir schon hin die Frage ist achso du meinst jetzt früher von der Zeit her ich dachte du meinst jetzt früher vom Datum her als dieses Jahr nein von der Zeit her ich wollte nämlich jetzt einwerfen die Sommerferien sind nämlich relativ ähm spät glaube ich auch dieses Jahr ne ja sind nämlich erst 20 Uhr aber das betrifft ja keinen mehr stimmt Nell hat aber in der Zeit glaube ich auch Semesterferien ja werden wir dann sehen ja dann sind wir durch unser erster Jahresrückblick wir starten gleich äh im Anschluss schon unsere Pistenpöffelbesprechung die Hörer müssen jetzt noch zwei Wochen warten ihr hört dann in der nächsten Woche die Adventskalenderauflösung mit Jonas und mir der fällt da leider aus weil sie die Klausur jetzt erstmal schreibt dann müssen wir jetzt alleine durch aber da haben wir auch schon ein paar schöne Einsendungen bekommen wir machen da ein bisschen die Auflösung der einzelnen Türchen und so weiter und so fort und dann würde ich sagen hören wir uns beim Pistenpöffel spätestens wieder zu dritt ja vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Jahr dann Quatsch bis zum nächsten Morgen ciao tschüss Koske also Freunde bis dann bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020